meine Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Käsebrötchen zusammen mit Zebibo ich meine Hallöchen Hallöchen wieder auf auf dem Map von mir der Besten natürlich ich hab so ein bisschen Husten keine Erwärmung oder so ich meine ist ja auch so ne ist ja nicht Einbildung, das ist ja Fakt so hier hat sich nichts getan ich fahre mal von Anfang bis zum Ende ich dachte ich denke mir war das ist schöner als wenn man irgendwo auch anfängt und dann fragt mich nicht woher ich den Atron habe, äh den Almex hier, den Almex Drucker ich hab keine Ahnung hab ich irgendwann mal gedownloadet fragt mich wie und wo und wo und wo äh welchen Ständer den Fahrradständer ach so, alles gut ich dachte du meinst den Ständer das wär aber echt eklig ja danke Auto sag mal warum blinken die Autos an so vielen Kreuzungen rechts und fahren links rum oder andersrum, ich verstehe das nicht aber das ist so typisch auch um die ja da kann man doch nur kotzen wenn ich jemanden, wenn die hier fahre und dann und dann kein Fahrrad wenn da was ist das ist wenn die ja jemand reinfährt oder was Katzenklo 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 Käsennippel Ah, alles klar Atron Käse Nein, ok Mann, ich find diesen scheiß Fahrradständer nicht Hilf mir! Wo ist er? Gibt Gibt eine Suchfunktion oder so äh das wär mir neu, oh, wow, die Tür laut das sieht doch einfach leise ja, aber dann ist der Busseleuse, der Müdde warum meint die Tür überhaupt auf und zu warum möge ich eh keine Fahrgäste ich hab keine Fahrgäste muss es muss mir auch mal helfen, wie das funktioniert mit der Linie ich hab mir zwar schon Tutorials angeguckt, aber ich bin einfach zu blöd dafür wenn man eine Linie einstellt und dann die Hofdatei macht easy-beasy ja, dann muss ich mir ja im nächsten Mal sagen, wenn ich Lust hab wahrscheinlich hab ich nie Lust dazu wahrscheinlich, ja das fürs Auge ist auch erstmal wichtiger, ne und man muss ja erstmal den Linienverlauf vervollständigen, damit man überhaupt erst sowas machen kann das ist ja deutlich wichtiger aber am allerwichtigsten ist, diesen scheiß Fahrradständer zu finden, damit die Leute das ja spielen können STENDER! warum hab ich diesen scheiß Fahrradständer überhaupt eingebaut ey? das ist hier die Frage so liebe Kinder wie wir sehen habe ich hier die Gebüsche noch nicht weg gemacht, weil ich behindert bin oh nein, du, behindy behindy sagt man sowas? weiß es nicht äh, jetzt ja ähm, ich habe hier Bojen hingepackt, das sind eigentlich so Laternen, die oben orange sind, aber ich finde das passt, das geht voll durch als Boje da habe ich hier drei Laternen, also drei Bojen hingemacht äh, boah nach Schnatter für die drei Boote, die hier, oh das sind vier Boote verdammt! Boote, Boote, Boote! jedenfalls für die vier Boote habe ich drei Bojen und ein Steg, muss passen also für Scheiße verbaut, äh, ich krieg dich grad hier ich hasse Autos in Omsi und ich krieg' nen Penis Oh, zur verfickten Schwellung habe ich das hingebaut ich zur verfickten Schwellung, was zur Fick ach, hier sind die Autos auch noch im Boden, die muss ich auch noch rausholen komm mal eins, gell? ja, denke ich dann du hast mir jetzt ins Gehirn gebrannt und die Zuschauer auch hundert mal in den Kommentaren nein, nicht 0,1, aber äh, Autos im Boden hier habe ich jetzt noch so ein LKW hingestellt von Boah, Zöny Boah, Zöny Boah, Zöny wo ist die Stahl... oh, jetzt wurde ich geblitzt, verdammt hehehe eigentlich wer würde ich jetzt geblitzt haben wurden, was? ja, genau gut, das war im Plus-Pankreffekt was geht das? oh ja, den habe ich auch nicht hier gesetzt oh Gott, ist das geil äh, heiliger Bim Bam oh, das war jetzt eng gut, dass die durch die Insel fahren können nix gleich irgendwas raus, schweißschwarz, aber... ein Polizeiwagen ein Penis Salbe ich nehme immer... ne, ein Salbe... äh, ein Polizeiwagen Salbe du, die scheiß Drecksautos, die fahren mir hier mal rein die guckst nütteln, macht sie tot und ist sie im Stehen lebend hä? das ist ja schlimmer als meine Sprüche, wenn ich in Minecraft uprage neun nimm die Kinder und geh ins Kino alter, du hast aber einen Junge, Junge, Junge der traut sich aber was weißt du wie nah da grad mein Gelenkbus gefahren ist? hinten sind vielleicht, ja... ne Handlänge Abstand zwischen Auto und Bus mhm mhm also der traut sich echt was und gerade dafür und davor ist mir einer, was heißt das? was? was heißt das? was das heißt? einfach wübscht? ja oh, äh... das hat der Döbi auch gesagt heute der Döbi Jolt oh, Fickbü ja, ja stimmt, das war ja, oh, ich hab den auch weggekriegt das heißt, I-Vorpel steht hier bei Gute Frage mit wie schreibt man das eigentlich? wie I, also wie das I, gell? hey, hey, hey hey, hey ja ein VIR ja BDSCH I, vorpel höh, ja war das klar Spannerei keine Ahnung lalalalalaaaa aaaaaaa ich kann so schön sehen ich hab deinen oh verdammt so i, vorpel ich hab die Straße zugeballert hier hinten das sieht jetzt nicht mehr so scheiße aus ja, was weiß vor allem? ja nicht für erhält das Logik Tobi hat auch geholfen er wollte dass ich ihn mit dem Leben wer toll der Kumpels Mexico das war er hätte sein können hätte er hätte er bieten können Mr. Bienen okay die Kurve kann ich mittlerweile und beim nächsten Mal verkack ich sie wieder das weiß ich das kenne ich das ist Standart also Kunst beim Stehen hier hat aber jemand einen heftigen Unfall gebaut Heftsch oh wie soll ich denn jetzt hier halten das ist aber eng dieses Heftsch muss ich hier halten hier muss auch noch eine Ampel hin eine Ampel ganz dünnes Eis Kollege ganz dünnes Eis ah ja hier oben aufs Packhaut habe ich jetzt auch noch Autos gesetzt die man eigentlich gar nicht sieht von hier unten perfekt gut dass ich die dahin gesetzt hab Alter was war das denn das war das denn jetzt türkisch schicken er wird keine Ahnung wenn die sich überhaupt irgendwas aufregend 5 er gibt das sind oder einfach aufspaß Potsdam bei die Erlöser fehlern aus Berlin auch wieder das Söder schön Doss zu nennen ist es schon habe ich ihnen gebaut dass wir so nennen Mama 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 auch hören Mama 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 hört sich nicht gesund an. Sebastian! Vettel! Ja bitte? Vettel? Vettel? Ja, ich mag Vettel. Vettel ist cool. Du bist Sebastian. Vettel. Warum? Warum? Soll. Ich hab's weggemacht. Weggemacht. Den Fahrradständer! Ja, keine Ahnung, der hat mir irgendwas aufgelistet hier. And then? Oh, mein Bass ist fast... Da hab ich einfach den Eintrag aus der Aufliste rausgenommen. Wie da schläft das? Äh? Kannst du mir vertellen, warum mein Bus schief steht? Fahrradständer. Hä? Mein Bus ist einfach schief. So leicht. Ne, jetzt geht's wieder. Voll war leicht schräg, voll schräg. Ich hab' vorverkehrt. Oh! Okay. Äh, war geplant. Äh. La 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 schlumpfendorf Pimmelsack. Pimmelsack. Pimmelsack hab ich gesagt. Pimmel. Ach, Pimmel, die Pimmel, die Pimmel. Nein, Pimmel. Oh, Albo, Pimmel. Oh, jetzt ist es gut. Hä? Hä? Ich bin... Warte, wie heißt der Typ, den du gesprochen hast? Oh, da ist das denn da. Wie heißt der Typ, der die ausgolfen hat, warum sie? Der dumme Typ, das voll auf deine Stimme geht. Was? Ach so! Ah! Frank! Frank! Ich bin Frank! Es hat aber lange Klick gebracht bei mir. Klick gebracht? Oder was hast du gerade gesagt? Was? Klick gemacht. Also es hat lange gebraucht, um Klick zu machen. So wollte ich eigentlich. Es hat lange... Okay, ich bin Koks. Verstehe ich nicht. Alter, das war jetzt richtig. Minimal Penis. Verstört. Gar nicht. Ich fand das voll cool, Alter. Die sind echt cool, die Feuerwehren. Nur schade, dass das hier auf türkisch, wollte ich schon sagen, auf ungarisch draufsteht. Egal. Naja, aber hier steht 105 und das ist ja nicht unsere... ...Feyerweiholl. 105? Also... Wenn ich so einen Daumen, dass sie nicht zählen können, das will ich auf jeden Fall nicht glauben. Ja. Das wollte ich damit sagen. Boah, ja genau. Ich nehme einfach den Elisenbrunnen. Ja geil. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich... So wo ist mein Fahrradständer? Mama 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 пока... Mantero went... ...doch von jo... ...unten sieht man die Autos da oben. behindert, ja... Ja, this weekend. Die stört? Nein. Behindert. Ja. So coal 또 mal zurückfahren? Einmal ist schwachsinnig. Weil ich hab ja... Nischt mehr verändert. Nö, bräunig ist schwachsinnig. Ich war jetzt hier im Depot. Schluss mit Lustig. Also hast du es jetzt alles entfernt und jetzt funktioniert alles? Nein, ich muss diesen blöden Fahrrad hier noch rausfischen. Also hast du immer noch nichts mit dem Fahrradständer? Eifelpuppe. Weißt du, dass man tierisch auf die Eier geht? Die Unterhose. Salatsauce! Achso. Nee, das ist diesen immer... Das ist diesen immerhin-Stadtbus, ne? Dass den nicht als parkendes Modell gibt. Und den fahren holen. Das ist die Busse, die man fahren kann, nicht allgemein als parkendes Modell. Nein, beim... Gibt's doch. Palma. 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 Ich hab's. Ich hab ein Parkenbüsch. Was sagst du denn? Ich hab's. Ich hab's. Ja, freilich. Freilich. Ja, freilich. Na, freilich. Ich komm mal hier vorbei. Hi. Die Banis-Tür hier hoch. Sam's mal, was sind wir denn hier? Nichts mit euch. Ich hab's. Jetzt fang ein Spiel wie jetzt sechs an. Ist doch das Gleiche. Epfer, du bist ein Epfer. Du bist ein Epfer. So, jetzt müsste hier irgendwo der Elisenbrun stehen. Ich sag ja, guck mal bei Dead Sheep. Äh, wie heißt die Folge? Schwarz? Nein. Ähm. Säuvertal. Nein. Äh. 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 Ja, ich hab's übrigens gemacht, das Plakate. Plakate? Ja, im MRN-Stadt-Bus, im MRN-Stadt-Bus, im MRN-Stadt-Bus sind ja Plakate, wie du weißt, ne? Im Bus. Plakate? Ne? Und da hab ich mir selber eins erstellt. Äh. Und in der Mitte steht Hofmann und oben und unten ist ein Butz. Mhm. Gut, meine Damen, ich würde mich verabschieden. Meine Herren, ich würde mich verabschieden. Meine Damen und Herren, ich würde mich verabschieden. Spiegel. Ähm. Ja, er hat definitiv eine Aratschungskapes. Ein Katsch am Rad. Der Käse. Was zur Hölle? Lerne jetzt bitte, dich zu artikulieren. Dankeschön. Äh. Äh, doch. Prost. Ah, ich hab's gefunden! Und wo war's? Ja, direkt da, wo ich eben alles andere aufgelöscht hab. Nice, GG. GG, ein Applaus für Sepp. Wow. Kannst du auch Tschüss sagen? Ach so, ähm, ciao. Ähm, okay. Ciao. Ähm, okay. Ähm, okay. Ähm, okay.